So schön, Natur pur im Stadtpark. Und jetzt, es kommt er. Ja, also da ist wirklich was geboten hier mit den Schwänen im Stadtpark. Letzten waren es noch ganz, ganz klein. Jetzt sind sie schon so groß. Und der, der schaut schon so komisch jetzt. Ich glaube, da gehe ich mal auf Seite. Nicht, dass er jetzt noch angreift. Dann. Ja, also hier wirklich Natur pur. Die Schwäne, die kleinen Schwäne im Stadtpark. Ja, das ist doch was Feines hier. Das ist schön, so was anschauen zu dürfen. Ich gehe jetzt zum Klassentreffen. Heute mit meinem alten Abschlussshirt, Herr Beter. Und ja, jetzt schauen wir nochmal zu den Schwänen. Und ich wünsche euch allen einen tollen, tollen Start ins Wochenende. Und auch hier nochmal Mama Schwan oder Papa Schwan, kleine Schwäne. Wirklich toll. Ja, und auch der andere da, er guckt immer noch so blöd. Aber ich glaube, das ist der Papa, der schaut schon so. Der schaut schon so, als ob er jetzt jeden Moment angreift. Oder auch nicht. Ja, tschüss, kleiner Schwan. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.